Hey ihr Lieben, ich bin Leo und ich gehe ab September mit meiner Freundin Jule für eine längere Zeit auf Asienreise und ein Thema, was uns jetzt bei den Vorbereitungen länger, länger beschäftigt hat, ist definitiv die Untervermietung unserer Wohnung und deswegen möchte ich in diesem Video so ein bisschen darauf eingehen, worauf ihr achten müsst, worauf du achten musst, wenn du dich auch damit beschäftigst, deine Wohnung unterzuvermieten. Deswegen viel Spaß in diesem Video. Punkt Nummer 1 und der ist wirklich am allerwichtigsten, auch wenn ich glaube, dass viele, die schon auf Weltreise gegangen sind und nicht unbedingt ein Eigenheim besitzen, bestimmt schon darüber nachgedacht haben, nämlich dem Vermieter nicht Bescheid zu geben. Aber das ist wirklich das Allerallerwichtigste, denn ihr habt keinen Bock auf eine Unterlassungsklage und ihr habt auch keinen Bock, wenn ihr euch gerade irgendwo auf der Welt befindet, gekündigt zu werden. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Wir haben es genauso gemacht. Ich habe eine Mail geschrieben, ich habe gesagt, hey, wir wollen reisen gehen. Es ist, klar, es ist auch beruflich, aber es ist jetzt kein Auslandssemester oder mein Arbeitgeber schickt mich irgendwie irgendwo hin. Wenn das der Fall ist, ist das sowieso eine ganz andere Nummer, dann ist es eigentlich sicherer, dass das genehmigt wird. Aber für uns war es einfach am besten und auch am ehrlichsten, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, ja, wir wollen für acht bis zwölf Monate nochmal weg. Wie sieht es aus? Können wir das Ganze irgendwie realisieren oder müssen wir die Wohnung vielleicht sogar aufgeben? Und letztendlich waren die so nett und haben uns das genehmigt. Zweiter Punkt, und der ist, glaube ich, klar, ist die Mietersuche. Denn ohne Mieter keine Untervermietung. Wir hatten die Vorgabe vom Vermieter, dass wir aus der Wohnung hier keine WG machen sollten. Heißt also, entweder eine Einzelperson oder ein Pärchen. Und witzigerweise haben wir die Anzeige dann direkt bei WG gesucht reingestellt. Aber darüber auch direkt zwei nette Pärchen gefunden, die uns angeschrieben haben und mit denen wir dann jeweils einen Besichtigungstermin bzw. einen FaceTime-Call ausgemacht haben. Und dazu vielleicht ein kurzer Tipp. Beide Pärchen waren uns super sympathisch und wir haben uns dann dafür entschieden, die Anzeige auch direkt rauszunehmen, weil aus meiner Sicht bringt es nichts. Und es ist auch Zeitverschwendung für die anderen, die sich bewerben und für uns, die sich alle diese Bewerbungen anschauen müssen, dass man, wenn man ein gutes Gefühl bei jemandem hat, direkt eigentlich so fair sein kann und die Anzeige rausnimmt, sodass die anderen sich da einfach Zeit sparen, wenn man eh schon weiß, man wird sich für eine der beiden Pärchen entscheiden. Kriterien bei unserer Auswahl waren Sympathie, Offenheit und natürlich Kommunikation. Und Kommunikation ist vor allem wichtig, weil man natürlich auch über Dinge sprechen muss, die vielleicht nicht so angenehm sind. Passt der Mietvertrag? Wie sieht es mit den Kosten aus? Gibt es da Unstimmigkeiten? Ein Untermieter, der mir sagt, das finde ich scheiße, ist mir viel lieber, als wenn er oder sie nichts sagt und dafür einfach so eine komische Energie da ist. Weil unausgesprochene Dinge sind eigentlich der Nummer eins Grund, warum Beziehungen in die Brüche gehen. Und wie gesagt, der Untermieter steht in einer Beziehung zu dir und dieser Untermieter, der wohnt auch für eine gewisse Zeit einfach in deiner Wohnung. Also zusammenfassend, Communication ist key. Ein anderes wichtiges Kriterium ist natürlich der Job. Wenn sie noch keinen haben, dann ist es sehr, sehr ratsam, sich eine Bürgschaftsbestätigung einzuholen, sodass man immer davon ausgehen kann, dass die Miete bezahlt wird. Es ist halt irgendwie so eine Mischung. Man will den Menschen oder den neuen Untermietern ein gutes Gefühl geben. Man will natürlich aber auch selbst ein gutes Gefühl haben. Und klar, als Vermieter, in Anführungsstrichen, hat man natürlich, ist man in einer besseren Position, muss man ganz klar so sagen, weil es natürlich eine hohe Nachfrage gibt und man sich auch für jeden anderen entscheiden kann. Aber ich glaube einfach, dass das Gefühl super wichtig ist, um sich dann letztendlich für eine Partei oder für einen Menschen oder für mehrere Menschen zu entscheiden. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für den Untermieter. Und wir waren die ganze Zeit sehr darum bemüht, alles so herzurichten, eine Basis zu schaffen, dass die sich auch wohlfühlen. Heißt, rechtzeitig die Verträge zu organisieren, aufzusetzen, Fragen zu beantworten, gerne nochmal zu telefonieren oder FaceTime-Calls zu machen. Und das ist einfach super wichtig, um eine gemeinsame Basis irgendwo zu finden. Denn wenn wir jetzt unterwegs sind, dann wäre es auch schon schön, wenn die mal unsere Blumen gießen würden. Letztendlich gibt es natürlich nie eine 100%ige Sicherheit, aber das Bauchgefühl muss einfach stimmen und die Rahmenbedingungen auch. Und wenn das gegeben ist, dann habt ihr gute Chancen, eure Wohnung an einen guten Untermieter oder an eine gute Untermieterin zu vermieten. Dritter Punkt ist der Untermietervertrag. Wenn ihr euch für einen Untermieter entschieden habt, dann müsst ihr natürlich einen Vertrag aufsetzen. Und der enthält in der Regel die folgenden Komponenten. Vertragsparteien und Daten. Dann die Mietsache. Heißt also, was wird vermietet, wie viel Quadratmeter, wie viel Zimmer, welche Zimmer. Ist ein Dachboden dabei, ist ein Keller dabei, gibt es einen anderweitigen Stauraum, ist ein Parkplatz mit dabei, eine Garage und und und. Dann die Mietkosten und die Nebenkosten. Aufgeschlüsselt im Vertrag auf Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Möbel, Internet, all das, GEZ, all das, was ihr eben monatlich an Miete bezahlt. Unter diesem Punkt fallen natürlich auch die Informationen, wohin, also auf welches Bankkonto die Miete überwiesen werden soll. Und ganz wichtig, eine Klausel. Wenn sich die Miete im Hauptmietervertrag erhöht, dann seid ihr auch dazu berechtigt, sie in eurem Untermietvertrag zu erhöhen. Das Ganze aber natürlich nur mit Bestätigung. Dazu aber noch eine ganz, ganz wichtige Information. Ihr dürft die Wohnung zwar ein bisschen teurer weiter vermieten, insbesondere wenn ihr beispielsweise die Wohnung möbliert lasst oder eure Sachen noch drin lasst oder, oder, oder. Aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mietpreis zu bleiben und den Gewinn, falls ihr dann welchen macht, auch zu versteuern am Ende des Tages. Ich gebe die Sachen nach dem Kalender ja einfach meinem Steuerberater und da kümmert sich drum. Weitere wichtige Punkte, die du in deinen Untermietvertrag aufnehmen solltest, sind eine eventuelle Kaution, die Mietdauer natürlich, die Bezugnahme auf den Hauptmietvertrag. Heißt also, dass dieselben Regeln für den Untermieter gelten, wie sie auch für dich gelten. Dann die Rückgabe der Mietsache, heißt also, dass alles sauber und ordentlich und wie sie die Wohnung vorgefunden haben, auch im Nachhinein wieder abgeben. Heißt also, wenn dann Löcher gebohrt wurden oder irgendwas angehängt wurde, dann habt ihr das Recht dazu, die Wohnung auf den Ursprungszustand wieder zurücksetzen zu lassen. Dazu zählt auch das Aufkommen eventueller Schäden und falls Schlüsselkopien erstellt wurden, diese dann auch letztendlich, wenn die Untermiete beendet ist, wieder auszuhändigen. Den Abschluss des Untermietvertrags bildet eine Klausel der Zugangsberechtigung. Heißt also, dass die Untermieter dem Hauptmieter, also dem eigentlichen Vermieter, jederzeit Zugang zur Wohnung gewähren müssen, wenn ihr selbst nicht da seid. Einfach weil ab und zu ja mal wichtige Sachen gecheckt werden müssen, Zähler abgelesen werden müssen, bla bla bla. Besondere Vereinbarung, da haben wir jetzt persönlich nichts weiter reingeschrieben und am Ende eine Schlussbestimmung, dass wirklich nur mit einer schriftlichen Änderung dieses Vertrages eine neue Version des Vertrages sozusagen Gültigkeit bekommt. Okay, das klang gerade richtig kompliziert, also mündlich geht nichts. Wenn ihr das jetzt alles hinter euch gebracht habt und ich sage euch, das dauert manchmal länger, als man denken mag, das alles zu unterschreiben und so, dann geht es natürlich darum, dem Untermieter oder den Untermietern den Wohnraum, eure Wohnung so gemütlich und so angenehm wie möglich zu gestalten. Heißt also für euch, Sachen verstauen, persönliche Gegenstände entfernen und Schränkeleerräumen und alles, was ihr sonst noch so in eurer Wohnung habt, womit der Untermieter einfach nichts anfangen kann. Wir haben zum Beispiel alles in den Keller gebracht, wir haben Dachboden und Keller und das ist natürlich eine tolle Situation für uns, da wir jetzt nicht irgendwie ausweichen mussten auf unsere Eltern oder sonst was, wo wir das dann verstauen könnten. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel die Dartscheibe hängen gelassen, die Sportecke ist hier noch nach wie vor, das heißt, das können die alles super gerne nutzen. Und ich glaube, dass es am Ende darum geht, dass man einfach cool miteinander ist, weil man kann über alles sprechen, man kann, ich habe denen auch gesagt, wenn die hier reinkommen, wir können gerne noch Sachen abhängen, wir können gerne noch Sachen umstellen, Hauptsache die fühlen sich wohl und am Ende des Tages sind sie halt dafür verantwortlich, dass alles dann wieder am Ende so steht, wie sie es vorgefunden haben. Zu guter Letzt noch ein super guter Tipp und zwar stellt euch einen Nachsendeauftrag ein. Wenn eure Untervermieter nicht gerade eure besten Freunde sind oder enge Freunde zumindest, dann sollen die ja auch nicht diejenigen sein, die eure Post regelmäßig öffnet. Deswegen stellt euch das ein, ich verlinke euch das gerne mal hier unten in der Infobox. Einfach einen Account machen bei der Deutschen Post und da für 6 bis 12 Monate kostet es glaube ich 30 Euro habe ich bezahlt und dann geht die Post jetzt automatisch immer zu meiner Mama. Und apropos Freunde, selbst wenn, selbst wenn ihr an Freunde vermietet, macht trotzdem einen Untermietervertrag. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich einen Freundesfreund bei mir in der Wohnung habe einziehen lassen, beziehungsweise wir haben noch nicht richtig hier zusammen gewohnt und bevor die Miete überhaupt gestartet ist, hat er schon gekündigt, weil er dann was anderes gefunden hat. Wir hatten keinen Untermietvertrag. Ja und ich saß dann da, beziehungsweise gerade im Ausland und hatte es natürlich sehr, sehr schwer von dort aus in kürzester Zeit einen anderen Mitbewohner zu finden. Ich hoffe diese Tipps haben dir geholfen. Schreib gerne mal in die Kommentare, was genau neu für dich war, ob du schon mal die Wohnung untervermietet hast oder ob du es vorhast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn wir uns natürlich dann auch im nächsten Video wiedersehen. Also, ciao, bis bald, euer Leo.